Ab in den Matsch ist es am 14. Juli mit der Landjugend Leck in Schlüthseel. Bei den Watt-Spielen traten viele Teams in witzigen Spielen gegeneinander an und lockten damit viele schaulustige Zuschauer an den Deich. Gespielt wurde nicht nur im Watt, sondern auch am Land. In den unterschiedlichen Disziplinen, wie Torwartschießen und Sanktionen, von dem Schlick wurde den Teilnehmern einiges an Geschick und Schnelligkeit abverlangt. Und eines hatten alle am Ende gemeinsam. Sauber wurde man erst wieder unter der Dusche. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.